»In Lola die Männer«, sagte ich, »werden im Alter alle schwerhörig. Vom Lärm bei Buderus, von der schweren Arbeit jeden Tag, von der Müdigkeit und weil ihre Tage bis auf den Schichtwechsel immer die gleichen sind. Eine Betäubung, jahrelang wie betäubt«, sagte ich. Bei manchen fängt es mit vierzig schon an. Bei der Arbeit wissen sie, was sie zu tun haben. Und sonst, außerdem, darüber hinaus, wollen sie von nix mehr was hören. Die Arbeit, Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht und nach der Arbeit Essen, sich ausruhen, Essen. Vielleicht noch die Zeitung. In der Zeitung steht jeden Tag weniger drin und dabei wird sie immer dicker. Und wenn ihnen dann noch Zeit bleibt, gehen sie in den Garten. Zu jeder Jahreszeit, auch wenn das Wetter schlecht ist, finden immer etwas zu tun. Den alten Hut auf, schwer die Gartenschuhe, an den zwei eigenen müden Füßen, meistens alte Werkschuhe von Buderus, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. Bei der Arbeit, vor vielen Jahren schon ausrangiert, die Schuhe. Für den Garten noch gut genug. Und haben ihren Platz auf der Kellertreppe. Dürfen nicht ins Haus, weil immer die Erde dran kleben bleibt. Zuerst den Hausgarten. Salat, Kraut, Gemüse und Kräuter. Und die Beeren natürlich. Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren. Rote, gelbe und schwarze Johannisbeeren. Die Lollara, sagte ich, sogar die an der Hauptstraße, haben große Gärten beim Haus. Gern steht er auch und sieht dem Wind im Gras zu. Lang kann er so stehen und weiß dann nicht, was er gedacht hat. Weiß niemand. Autos hört er nicht. Im Werk den Arbeitslärm hört er nicht. Wenn man ihm etwas sagt, hört er es nicht. Wenn er gerufen wird, das hört er schon lang nicht mehr. Aber wie das Laub raschelt, das hört er. Und ganz deutlich den Wind im Gras. Er sitzt nicht gern lang beim Essen. Überhaupt ist er nicht gern unnötig im Haus. In der Ofenwärme wird er schnell müd. Wenn die Frau etwas sagt, versteht er sie nicht. Meistens fragt sie etwas, was sie längst weiß. Weil er sowieso schwerhörig ist, hört er schon lang nicht mehr zu. Mit dem Fernsehen genauso. Wenigstens die Hessenschau, sagen sie, soll er sich ansehen. Die Hessenschau und die Tagesschau. Nachrichten, was alles passiert in der Welt. Aber er sitzt nicht gern mit leeren Händen da. Ohne Arbeit. Überhaupt mag er nicht sitzen, wenn es nicht sein muss. Was sie im Fernsehen zeigen, das war alles gestern schon, kommt ihm vor. Er ist jeden Tag wieder. Tarifverhandlungen, Erdbeben und Staatsbesuch. Er steht bei der Tür und kann kaum das Ende abwarten, weil er gehen will und es draußen gleich dunkel wird. Vom Haus aus sieht man das Werk. Am besten, wenn man vor der Haustür auf der Treppe steht. Bei Tag das Werk, wie es qualmt und stöhnt, wie ein riesiges Schiff. Als ob es gleich auf- und davondampfen will. Und nachts die Lichter. Er steht bei der Tür und sieht sich im Werk auf Schicht. Bei der Arbeit. Er weiß jeden Handgriff. Als ob er hier und dort gleichzeitig, auch nachts, seit er keine Nachtschicht mehr macht, ist ihm, als hätte er die ganze Zeit Nachtschicht. Aber auch wenn er Frühschicht hat, geht er ja im Dunkeln hin und bei der Spätschicht kommt er im Dunkeln heim. Und wenn man Mittelschicht hat, ist die halbe Zeit Winter. So kommt man und geht. Das sind die Alten in Lollar, sagte ich. Um 1900 geboren oder noch ein paar Jahre früher. Jedenfalls noch in der Kaiserzeit. Die Väter, die hatten kein Auto und keinen Führerschein. Haben beides nicht gebraucht. Haben ihr Leben zu Fuß auf die Hütte getragen. Ins Eisenberg jeden Tag. In kleinen Portionen. Ihre Söhne und teils auch schon die Enkel sind aus den 30er und frühen 40er Jahren. Auch ihr Leben lang bei Buderus die meisten. Auch wenn sie vorher noch eine Lehre woanders. In den frühen 50er Jahren. Eine Lehre als Elektriker, Automechaniker, Weißbinder, Maurer. Und dann ein Motorrad. Ein paar Jahre auf Baustellen. Windige Jahre. Sogar auf Montage gewesen. Aber dann doch wieder in Lollar auf Schicht auf die Hütte. Und noch jeden Tag dankbar dafür. Und dann mit Ende 20 die Hochzeit. Eine Lollara-Hochzeit. Da wird mit den Gästen im Hochzeitssaal von der Linde gegessen. Schweinebraten oder Rippchen mit Kraut. Oder neuerdings auch im Schwimmbadcafé. Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Brathähnchen mit Pommes frites. Verheiratet. Ein Kind und das erste Auto. Gebraucht. Günstig. Ein gut erhaltener VW Käfer. Oder preiswert ein Ford oder Opel. Und soll lang halten. Sind die Ersten mit Auto in der Familie. Und auch die Ersten, die richtig in Urlaub fahren. Sogar noch bevor sie heiraten. Als Verlobte schon. An die Nordsee. Und in den Schwarzwald. An den Bodensee. Nach Tirol. Und sogar bis an die Atria. 1958 mit Zelt, Motorrad und zwei Tuben Sonnencreme. Er eine, sie eine. Nach Jesolo auf den Campingplatz. Und von da an dann jedes Jahr einen Urlaub. Immer noch, sagte ich, machen in Lolla die Männer die Gartenarbeit. Aber mehr nebenbei. Sind auch kleiner geworden die Gärten. Die Kartoffeln kriegt man in jedem Kaufladen billiger. Salatgurken und Tomaten auch. Immer frisch. Und wer soll das ganze Obst und die Beeren denn ernten und aufbrauchen? Früher hat man selbst Sauerkraut angesetzt. Und tagelang Obst eingekocht. Apfelmus, Apfelmost, Himbeersirup und Pflaumenmus. Das Pflaumenmus heißt hier Heunk. Die Rexgläser. Gläser mit grünen Bohnen, Gläser mit Kirschen, Mirabellen und Birnenkompott. Kleine handgeschriebene Schildchen auf jedem Glas. Alle mit Sorte und Jahreszahl. Immer noch von der Schwiegermutter im Keller ganze Regale mit selbstgemachter Marmelade. Sogar von der Großmutter noch. Marmelade für hundert Jahre im Voraus. Ein Stück vom Obstgarten günstig als Bauplatz verkauft. Da ist Platz für drei Bauplätze. Aber die lägen dann hintereinander. Und jedes Grundstück braucht seine eigene Zufahrt. Sind so Vorschriften. Den Bauplatz verkauft und das Geld dann ins eigene Haus gesteckt. Erst die Geschwister auszahlen, dann aufstocken. Ein neues Dach, neue Fenster, ein Anbau, eine Ölheizung. Jetzt wären die Bauplätze von damals schon das Zehnfache wert. Zehn Jahre lang gespart und jeden Pfennig ins Haus gesteckt und dabei das meiste noch selbst gemacht. Ein paar Jahre lang entweder gar nicht oder nur höchstens zwölf oder vierzehn Tage verreist jedes Jahr und den übrigen Urlaub für die Arbeit am Haus. Nächstens die Treppe ausbessern, neue Türen, ein Fußbodenbelag. Aber viel Zeit auch mit dem Auto, Wartung, Pflege, Instandhaltung, ein VW Käfer, Baujahr 61, 1964 gebraucht, gekauft und ist noch 1980 in einem besseren Zustand als zu der Zeit, als er ihn gekauft hat. Praktisch neuwertig, ein Museumsstück, auch wenn er jeden Tag damit fährt, wird geputzt und poliert, wird immer wieder Stück für Stück auseinandergenommen, betrachtet, gereinigt, geölt. Mein Schwager zum Beispiel sagte ich in Lollar, der Mann meiner Schwester, hat an Werkzeugen alles, was er braucht, sogar einen Druckluftkompressor, hat Ersatzteile auf Vorrat, Werkzeugkästen auf Vorrat, Werkbänke, einen Schraubstock, eine Drehbank, hat sich im Keller eine Werkstatt eingerichtet, die man nicht nur über die Kellertreppe, sondern auch vom Hof aus betreten kann, vom Hof aus drei Stufen nach unten. Die Keller in Lollar oft oberirdisch, sagte ich, hell und geräumig, sogar Fenster, große Kellerfenster, und die Wände stets frisch geweist, Neonlicht, Spindschränke, Werkzeugschränke, Regale, das Neonlicht summt, alle Sorten Schrauben, Zangen, Pfeilen, Bohrer und Hämmer, das Zeug an den Wänden nach Größe geordnet, sagte ich. Und man sieht es an und weiß nicht die Namen dafür, den Holzschuppen als Garage umgebaut, oben noch der alte Heuboden drauf, rot-braun ein Holzgiebel, Moos ein überstehendes Dach, wie für ein Kalenderbild, der Hof mit Beton, wenn das Wetter nicht zu schlecht ist, kann er das Auto im Hof reparieren, sonst in der Garage, und die übrige Zeit im Keller in seiner Werkstatt mit anderen arbeiten, betritt das Haus nur, wenn er gerufen wird, wenn man in Lollar samstags eine Frau fragt, was macht dein Mann, dann sagt sie, der liegt unterm Auto, meistens mit Zeitangabe, liegt seit morgens halb neun unterm Auto, gerade in Lollar, sagte ich, die Frauen führen Gespräche von Haus zu Haus, übern Hof, übern Zaun, statt dass die eine zur anderen hingeht, jede vor ihrer Haustür, und rufen sich durch die Luft ihre Lollarer Geschichten zu, sogar quer über die Straße, auch aus dem Küchenfenster, mit lauten Stimmen, haben sich das so angewöhnt, sogar vom Auto aus, halten auf der Hauptstraße zwei Autos, je eine Frau am Steuer, vor der Post, vor der Apotheke, oder wo es zum Bahnhof abgeht, stehen so, dass in beide Richtungen keiner vorbei kann, und schalten ein Blinklicht ein, kurbeln das Seitenfenster herunter, und erzählen sich in aller Ruhe eine Geschichte weiter, die, wie die meisten Geschichten, schon viel früher anfing, aber reicht in die Gegenwart hinein, ein geschäftiger Samstagmorgen, mitten auf der Lollarer Hauptstraße und an einer Stelle, wo sich sowieso die Autos schon drängen, nach einer Weile, weil es eine Geschichte ist, die sich hinzieht, doch lieber die Warnblinkanlage als das Blinklicht, und die eine von ihnen fährt noch ein Stückchen vor, damit sie sich beim Sprechen auch ansehen können, immer mehr Autos und kommen nicht vorbei, in beide Richtungen nicht, und wenn die ersten zu hupen anfangen, meistens Ortsfremde, die zuerst hupen, dann hupen die beiden Lollarer Frauen einfach zurück, aber so, dass es nicht ihr Gespräch stört, winken auch aus dem Seitenfenster, winken so mit der Hand, dass man sie jetzt hier auf keinen Fall unterbrechen soll. Den Hof mit Beton, weil da nach jedem Regen riesige Pfützen waren, und seine Mutter und seine Frau, also meine Schwester, sagte ich, sich immer bei ihm über diese Pfützen beschwert haben, ordentlich aufgetragen, den Beton, Panzerfest. Für den Krieg war mein Schwager zu jung, Jahrgang 34. Die Vögel hatten die Pfützen gern, besonders die Bachstelzen, Pfützen voll Himmel, auch nicht zu glatt den Beton, damit man nicht ausrutscht, und weil mein Schwager das, was er macht, auch ordentlich macht, noch ein Abfluss dazu, damit bei Regen das Wasser nicht stehen bleibt auf dem Beton. Ein Abfluss, der auch funktioniert. Jetzt kann er ganz gut auch im Hof unter dem Auto liegen. Erst einen brauchbaren Pappdeckel als Unterlage, dann doch lieber ein Brett, wegen der Bodenkälte, weil hier die Winter so lang sind, und dann oft noch ein Nachwinter, der nicht gehen will, und die Abendfeuchtigkeit, Kälte und Nachtfrost, die Wochenenden für die Arbeit am Haus und am Anbau und für die Arbeit am Auto bleibt ihm dann nur der Feierabend, muss die halbe Zeit im Dunkeln noch und mit Kabellampen, Ischias, Rheuma, Gicht, ein Brett, eine überzählige Holzplatte und eine alte Decke zu dieser Holzplatte, aber verrutscht immer, also die Holzplatte polstern, Polsternägel vom Flohmarkt, dann, weil man so nicht überall drankommt, in der Garage sich selbst eine Grube gekraben, so kann er noch besser von unten am Auto arbeiten und sieht schon im Voraus, wo vielleicht etwas kaputt gehen könnte, keine Hebebühne, das Gegenteil, sagte ich, eine Montagegrube, senkrecht und mit Beton die Grube, Betonwände, erst mit Kabellampen und dann doch eine richtige Krubenbeleuchtung, verstellbar und eine solide, zuverlässige Abdeckung für die Grube, damit jederzeit keiner reinfällt, für die gepolsterte Holzplatte gebrauchte Möbelrollen und dann auch noch einen Sockel für das Auto, schräg eine Bahn, die er baut und kann entweder mit den Vorder oder mit den Hinterrädern auf diesen Sockel, aufgebockt also das Auto, so hat er mehr Platz beim Reparieren, kann den Sockel im Hof und in der Garage aufstellen, auch Brenzklötze für die Räder, statt der Möbelrollen lieber Kufen an die Holzplatte, wenn er auf der Holzplatte im Hof und am Auto liegt, stört ihn keiner und in der Garage in seiner Grube auch nicht, erst recht nicht, wie still es ist, still und friedlich, aus der Nachbarschaft hört man die Hühner, er hat Frühschicht gehabt, vor zwei Stunden heimgekommen, ein Donnerstagabend im Mai und der Flieder blüht, in allen Dörfern, jede Straße entlang in den Vorgärten blüht der Flieder, schon warm, ist das Schwimmbad schon auf, überall Kinder mit Fahrrädern, Anfang Mai, da bleibt es lang hell, den Muttertag nicht vergessen, in zwei Wochen hat er Geburtstag, im Werk und daheim die Arbeit, weiß er für viele Jahre im Voraus, muss also in den 60er Jahren, muss Mitte bis Ende 60, sagte ich, weil sie danach dann auf den Dörfern auch die letzten Hühner abgeschafft haben, Samstagmorgen will er den Zaun streichen, jetzt im Mai, da stehen die Eisheiligen vor der Tür, da kann noch die Schafskälte kommen und wenn es an Siebenschläfer regnet, dann ist es wieder ein Jahr ohne Sommer gewesen. Was er braucht, macht er selbst, sagte ich, er kann alles, er hat mir schon Radios, Schreibmaschinen, Elektrorassierer und eine Espressomaschine repariert, von denen der jeweilige Werkskundendienst vorher sagte, da ist nix mehr zu machen. Er repariert das Zeug und dann hält es ewig, geht besser als vorher, als noch Garantie darauf war. Zur Arbeit ins Eisenwerk geht mein Schwager zu Fuß, wenn er Frühschicht hat, holt meine Schwester ihn manchmal mit dem Auto ab, früh am Nachmittag, sie holt ihn am Werktor ab, vielleicht erst zum Massa und tanken jetzt, vielleicht wollen sie in Gießen etwas ansehen, sie will, dass er mit ihr etwas ansieht, oder sie holt ihn ab, weil sie einen Kuchen gebacken hat, also gibt es Kaffee und Kuchen und er muss den Kuchen loben und dazu auch noch loben, dass sie gerade heute diesen Einfall hatte. Er sitzt nicht gern in der Stube, nicht solange es draußen noch hell genug ist zum Arbeiten. Wenn er schon am hellen Tag sitzen soll, dann am liebsten im Auto, vielleicht mitten in der Woche ein stiller, oberhessischer Herbstnachmittag, sagte ich, Herbst oder Vorfrühling und sie fahren ein bisschen über die Dörfer, beinahe wie Kinder, als ob sie ab 4 Uhr Nachmittags Ferien hätten, verkleidete Kinder mit einem Auto, Kinder in einem Buch, das du selbst als Kind an so einem stillen, oberhessischen Herbstnachmittag vor vielen Jahren einmal mit Staunen gelesen oder dir lang und lang ausgedacht hast. Also ich, sagte ich, erst das Lundatal hinauf, bis nach Nordegg, mein Schwager und meine Schwester, und dann durch den Ebsdorfer Grund zurück und vielleicht bei Bellenhausen über die Lahn an diesem stillen Herbstnachmittag. Sie fahren und sehen dabei immer wieder Staufenberg auf seinem Hügel, einmal in der Ferne und dann wieder nah, rot und mit Schiebedach, ihr gebrauchter VW Käfer, Baujahr 61, und funkelt und glänzt, als kämen sie mit ihm direkt aus Wolfsburg, hätten ihn eben erst abgeholt, ab Werk, direkt vom Band, fahren, und daheim wartet auf sie der Nachmittag und ein Lollerer Nusskuchen, das ganze Haus riecht nach Nusskuchen, und vielleicht an diesem Nachmittag, sagte ich, in den Dörfern Scharen von Vögeln, aufgeregt, flattern so, viele, nicht zu zählen so viele, sind Zugvögel, sammeln sich, und wenn man bei Bellenhausen über die Brücke fährt, Wildgänse an der Lahn, sind vom Polarkreis gekommen, als Kind, sagte ich, als Kind in Staufenberg, dachte ich, vielleicht, wenn man geht, wenn man nur weit genug weg geht, kommt der Berg mit dem Dorf einem nach, aus Heimweh, sagte ich, dass dann der Berg nach mir Heimweh hat, nur erst noch das schwarze Buch zu Ende, und dann schreibe ich ein Buch über Staufenberg, so ein drastend betrachtig, so, es ist ja noch die einfach genau zu Ende, so, wie auch das ist ja noch